So, und schon wieder da und dann, ja, lassen wir sie mal kommen. Bist du mich gerade? Nein, ich wollte gerade sagen. Oh, kommt alle her, kommt alle her. Wo seid ihr denn hin? Na ja, gut. Oh, God. Es ist so traurig. Oh, wow, 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 wow. Na gut. Na gut. So, also hier hast du dein Dings hin, dann nehmen wir mal den. Den und den. Oh. Drei von drei, das ist nicht schlecht. Eins von drei ist allerdings verbesserungsfähig. Bum. Also was echt, das ist ein großes Geschenk, was Baldur's, also was Baldur's Gate sehr viel angenehmer gemacht hat. Ähm, dieses ganze Geblippe und nicht Treffen wäre wesentlich motivierender, wenn die Würfelwürfe eingeblendet würden. Da würde man nämlich sehen, dass es einfach eine ganze Menge Würfelwürfe gibt, bei denen man einfach nicht trifft auf diesem Level. Ähm, und man hätte so nicht das Gefühl, dass es irgendwie böse, böse Absicht von, von Seiten des Spiels ist. Sondern halt einfach nur, oh, das lohnt sich ja mal wieder. Ähm, sondern tatsächlich einfach, ähm, Wahrscheinlichkeit. Ähm, nichts Besonderes. Das ist ein bisschen schade, dass sie das nicht implementiert haben, aber gut, das wäre wahrscheinlich, äh, das für ein Spiel zu der Zeit auch, äh, zu viel verlangt gewesen, dass man, äh, äh, dass man von den Entwicklern hätte erwarten können, dass sie vermuten, dass die, ähm, Kunden so etwas sehen wollen. Ähm, so, hier hinten ist auch noch ein Kampf, dann machen wir auch schön alle Kämpfe, dafür sind wir ja hier. This is a practice room. A group of humans entbashing each other, they turn to, blablabla, a particularly joyous session. Ja, das werden wir mal gucken. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Ja, mhm. So, wie weit ist du, bist du weg? Du bist natürlich, sagst du, du bist zu weit weg, das war ja klar. Na gut, hilft ja nix. Hold person. Mhm, einer, immerhin. Sehr gut. Oh Gott. Jetzt rennt ihr da auch noch. Du warst weg, ne? Ja. Ah. Oh mein. Schade, schade, schade. Na, immerhin. Oh. Ja, bewegen darfst du dich nicht. Nochmal hin und her. Nee. Oh. Ganz mutiger. Hauen wir den mal auf den Kopf. Ähm. Und nochmal. Nochmal. Oh. Oh, du bist wieder wach. Das war nicht so schlau. Wow, wow. Autsch! Come on! Nein, komm nicht! Super! Wenn ich euch nicht hätte! Autsch! Autsch! Ja, surrender, sonst hat das keinen Sinn, danke! Äh... Nope! Nö! So, dann wieder übliches Prozedere. Funktioniert. Äh... Oh! Bonus Spell! Sehr schön! Und? Come on! Come on! Sehr gut! Gut! Äh... Wo ist denn wir jetzt? Wo ist denn wir jetzt? Wo ist denn wir jetzt? Was denn wir jetzt? nochmal meine Leute angucken das machen wir obwohl das machen wir lieber jetzt wo ist Level 5 für Knight of the Crown 37, ist nicht mehr weit Mathematik in Level 6 für den Ranger 40 naja gut 4, 5, 18.000 Tief ist es nicht mehr weit und Fighter 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 kannst du aufsteigen, oh das ist gut ja dann würde ich sagen werde ich dann auch auf jeden Fall noch zurück gehen nach diesem Video 4, 4, 3 15.000 Knight of the Nutality könnte Stufe 4 ist es schon Fighter Stufe 4 ist es schon Red Mage Stufe 4 ne Quatsch, Stufe 3 ist es schon ok, bringt nichts View 21.000 White Mage 21.000 Stufe 4 wow kannst du aufsteigen ja dann würde ich sagen gehe ich zurück dann werde ich jetzt die Session mal beenden reicht ja auch hin für heute und dann schön zurückgehen aufsteigen und im nächsten Video wieder hier sein ja dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal bis dahin tschüss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal